Das finde ich noch viel schlimmer, das ist schon ganz schlimm. Aber der hat der Abend nicht eröffnet worden, das finde ich so schlimm. Es geht darum, dass es der Brandschutz ist und wenn du heute als Privatperson irgendetwas machst, sitzt dir der Brandschutz als erstes im Nacken und dann setzen die da Leute hin, die in keinster Weise irgendwo professionell sind. Aber die müssen doch alle im Kopf kommen.